Hallo Leute, willkommen zu Mr. Angezeugt-Spiel, der WBE-Supercars. So, ich bin wahrscheinlich genauso gespannt wie ihr. Ich habe nämlich gerade eine People's Challenge abgeschlossen. Also vielmehr, jetzt haben wir ja abends, ihr seht es ja an der Uhr, 19.36. Ich bin heute Morgen, People's Challenge dauert ja Ewigkeiten, heute Morgen um 8, halb 8 nochmal reingegangen habe, da war ich Erster. Und naja, ich denke mal, es waren noch so 10 Kämpfe, 8 Kämpfe ungefähr, wahrscheinlich 8. Und ich bin gespannt wie ich abgeschnitten habe. Ich denke jetzt nicht, okay, 38.11. Das ist schon mal eine gute Quote für 8 Kämpfe. Jetzt bin ich gespannt, wir gucken uns erstmal die Tabelle an. Ich bin auch als Erster rausgegangen, sehr schön. Und dann gucken wir uns mal die Herausforderergruppe an. Oh, 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 oh. Also, ich habe das Viertelfinale überstanden, war im Halbfinale. Und im Finale bin ich dann gescheitert. Und das ohne irgendeinen Boost, also ohne, also mit Helden, wie heißen sie, Karten, die halt schon total runtergewirtschaftet sind, weil sie da schon 10 Kämpfe in sich innen gemacht haben. Ich habe da den Start ein bisschen verpasst, den zu timen. Das muss ich für nächstes Mal umrechnen, wann ich denn, weil ich kann am Tag nicht spielen, also ich kann nur am PC oder am Pad spielen und am Handy geht es nicht, weil iPhone und halt Google Play. Und darum bin ich mal gespannt. Wir fordern unsere Belohnung ein. Und es gibt, ah, ich habe gekauft, zwei epische. Aber eine epische und eine ultra seltene Unterstützung. Was ist denn das hier? Ohr? Aber na ja, okay. Ultra seltene Unterstützung Ohr. Wir fordern ein und The Walk in Episch. Richtig nice. Und was kriegen wir als Unterstützer? Ein Stoppschild plus 30 auf Härte. Das ist doch okay. So, jetzt gucken wir mal. Ach, ich habe gar nicht geguckt, welche Farbe The Walk hat. Gucken wir mal. Also, ihr seht mittlerweile, mein Deck hat sie auch ein bisschen gewandelt. Ich habe jetzt Cain hochgelevelt. Wisst ihr was? Wir gucken uns einfach mal über das King of the Ring Bildschirm an. Das finde ich eigentlich am besten da. Ne, stimmt eigentlich gar nicht. Ich rede wieder und rede, genau. So, ich gehe mal hier auf. Also, meine stärkste Karte, Ultimate Warrior. Ja, ganz klar. Der ist jetzt voll aufgelevelt. 485, 471, 450 und 556. Ich gehe mal auf Tauschen. Ich werde ihn natürlich nicht aus meinem Deck nehmen. So, und will aber hier auf. Oh, Rob Van Damme habe ich das zweite Mal gezogen. Müsste ich halt aufleveln, um dann Profi Rob Van Damme ultra selten zu kriegen. Aber da fehlen mir einfach gerade die Karten zum Aufleveln. So, ich gehe jetzt nochmal hier und nach Wertung. Nicht neueste, Wertung. Also, Ultimate Warrior, ultra selten pro, voll aufgelevelt. Meine stärkste Karte, dicht gefolgt von Hulk Hogan. Chris Jericho habe ich auch auf vollem Level. Haut mich eigentlich jetzt nicht so vom Hocker, muss ich ehrlich sagen. Weil 392, 396, 402, 458. Okay, ich habe ihn voll aufgelevelt. Er ist blau. Das ist ganz wichtig für mein Deck. Das heißt... Oh, jetzt habe ich den Platz getauscht, aber ist egal. Die Arcane ist auch blau. Da bin ich gerade bei Level 24. Ich bin gespannt, wenn Kane voll ausgelevelt ist, wie stark und wie hart er wird. Das könnte eine Karte für mein Deck sein, dass er dann fest drin bleibt, vorerst. Und hier, die sind alle schon raus. Ultimate Warrior, also die gilt besonders seltenen und so. Die hebe ich noch für King of the Ring auf. Jetzt gucken wir uns hier mal The Walk an. The Walk hat ja seine Stärken bei Kraft und Charisma. Tja, den werden wir als nächstes hochmachen. Jetzt ist die Frage, ob ich halt wirklich jetzt auf so Rock gehe, wenn ich jetzt Kane fertig habe. Oder ob wir auf die beiden Wopfern Dems gehen. Weil ich kriege dann halt eine ultra seltene Pro-Karte, wenn ich die beide auflevel. Dauert aber länger. Mein größtes Problem ist halt die Diva. Und was ihr seht, ich habe hier drei linke Ecken und eine rechte Ecke. Aber das ist alles noch im Rahmen. Wir, würde ich sagen, kämpfen jetzt mal ein paar Ründchen. Ich habe jetzt schon wieder fünf Minuten geblabbert, ohne was dazu. Ich bin mittlerweile im oberen Drittel von Episch Plus. Das heißt, ich kriege fast nur noch auch Gegner aus Episch Plus. Darum müssen wir da immer ein bisschen aufpassen. Ich würde jetzt hier einfach mal... Ne, der DJ hat zu viel Kämpfe. Dann Own Hulka. Oder Pegasus. Nehmen wir Own Hulka. Also es wird immer härter. Ihr kennt es. Oder die, die spielen, kennt es. So, Kraft härtet ist natürlich was für unseren Ultimate Warrior. Und gegen Triple H Level 27 schaffen wir das gemütlich. Da hätte ich es fast... Da hätte ich es mit jeder Karte von mir geschafft. Außer mit Kane. Ja, ein bisschen verschwendet, aber okay. R.1, Härte, Tempo. Tempo immer noch mein schlechtester Wert. Wobei jetzt hier durch den Chris immer da ein bisschen besser. Aber ich habe mein Tempo Boost dabei. Und wir gehen auf Härte, Tempo. Oh, da haben wir einen ultra seltenen Rock. Aber der ist, glaube ich, schlecht aufgelevelt. Und Edge auch schon voll. Aber gucken wir mal. Ich denke, das sollten wir doch gewinnen. Ja, super. Zwei Punkte geholt. Erster Sieg für uns. Und ein Kane gegen Eric Rowan. Auch den Kampf haben wir gewonnen. Ich bin momentan echt froh, wenn kein Diva-Kampf kommt, weil viele haben halt jetzt auch schon epische Diven. Und ich nicht. Und ja. Da wäre eigentlich mal Zeit, dass ich eine ziehe. Das wäre so cool gewesen, wenn ich im King of the Ring... Ich bin mir sogar relativ sicher, dass ich gewonnen hätte, wenn ich einfach nur da gewesen wäre. Aber jetzt so... Ich weiß noch nicht mal, wann es geendet ist. Denke ich so um fünf vielleicht. Wenn ich da gewesen wäre und einfach nochmal boosten hätte können. Die waren halt durch, meine Leute. Also darum, eventuell wäre da was drin gewesen. Weil ich bin ja auch als Erster in der Rangliste gewesen. So. Gucken wir mal beim Lee. Wie auch immer er heißt rein. Lee Chase Diva Tempo. Ah, Diva Tempo ist natürlich beschissen. Da verliere ich es selbst, wenn da eine normale Page kommt. Aber er hat eine epische AJ mit Boost. Also den hat er schon mal gezogen. Dann ist es okay, dass wir verloren haben. Einzel Match Tempo. Tja, da bleibt uns nur unser Ultimate Warrior. Wobei ich auch mit Chris Jericho gewonnen hätte. Kraft. Hauen wir Boost drauf. Und Hulk Hogan. Wobei Hulk Hogan nicht der stärkste ist. Okay, ich habe schon befürchtet, dass er seinen Big Booster... Ne, seinen Booster, da zieht der Gegner. Aber haben wir Glück gehabt. So. Wir decken mal weiter Kärtchen auf. Kriegen nur Schrott. Was ich aber schon festgestellt habe, auch wenn es sich jetzt gerade nicht bewahrheitet. Ich ziehe viel mehr grüne wie graue Karten. Was natürlich zum Hochleveln ist. Indie, auch wenn sie Gold Liga ist, möchte ich nicht gegen spielen. Gegen Jaden. Mit dem legendären Ray Mysterio will ich auch nicht spielen. Und jetzt die Frage. Na ja, er hat 1300 Mal verloren. Schweißes nicht. Gucken wir mal. Tempo. Hurra, fängt wieder mit Tempo an. Okay, da haben wir auch ein Ray Mysterio in Episch. Da kann unser Ultimate Warrior nichts gegen machen. Diva, Härte, Tempo. Tja. Selbst wieder gegen eine normale Page verliere ich. Das heißt, die Runde werden wir verlieren, weil Boosten bringt da... Hätte ich nur... Ne, wir gewinnen auch ohne Boost. Super. Er hat eine schlechtere Diva wie ich. Das ist selten. Tag Team, Kraft, Charisma. Da spielen wir Hulk. Ist immer im Tag Team dabei. Und Kraft, Charisma. Puh. Ultimate Warrior. Oh, der ist aber schlecht aufgelevelt. Weil wenn der voll aufgelevelt ist, ist der stärker wie mein... Ach, Macho Man, was erzähle ich denn? Dann ist er stärker wie mein Ultimate Warrior. Aber das ist er hier in dem Fall nicht. Der hat auch 556 Charisma, aber mehr Härte und mehr Stärke. Nur bei Tempo ist Ultimate... Ne, mehr Tempo... Na, ist egal. Rob Van Damme, da haben wir ihn wieder in Grün. So, eigentlich könnten wir jetzt hier gegen den Juri spielen, auch wenn er einen ultra-seltenen Profi-Hulk hat, aber damit kann ich leben. Und Charisma. Da lassen wir auch unseren Ultimate Warrior ran. Da können ihn nicht viele schlagen. Es gibt zwar also ein paar, die ihn schlagen können. Wie gesagt, Macho Man ist gleich. Tag Team Härte. Da legen wir Boost Hulk Hogan und Chris Jericho gegen Rick Flair und Hulk, die nicht connecten. Also was uns ja nochmal 10% Vorteil gibt. Und dann muss man sich da auch nie Gedanken machen. Sobald der Gegner auch connectet, dann habe ich immer meine Bedenken. Aber wenn die Karten gleichwertig sind und sie halt unterschiedlich sind von den Farben, dann kriegen wir halt den 10% Bonus, wenn wir gleich sind. Und das macht meist schon viel aus. Weil man muss überlegen, die Karten haben mittlerweile 450 Punkte. 10%, also bei mir plus 5, bei denen minus 5, sind ja 10%, sind dann 45 Unterschied. Das bei zwei Karten im Tag Team. Da reden wir dann schon wirklich von 90 Punkten im Team Unterschied. Und das ist halt schon eine Menge. Na, und wir warten aufs Netzwerk. Och, das muss doch nicht sein. Oh, ich könnte wieder, ich habe das letzte Mal, wie Netzwerkfehler. Ich habe das letzte Mal in Instagram gemacht, dass ich am Abend vor dem Video, das mache ich heute wieder, raten ablassen, welche epische Karte ich gezogen habe. Das war ganz amüsant, weil jeder hat geraten. Es hat dann eine richtig gehabt. Das mache ich heute wieder. Aber, aber, ich finde es auch mit den Blättern relativ schön. Karten kaufen, naja, wir spielen einfach erst die nächste Runde. Haben hier, ich würde fast sagen, tja. Wir spielen gegen The Rock. Das andere war mir ein bisschen suspekt, warum der mit einem normalen, ultra seltenen Hulk im Team, falls er den überhaupt im Team hat. Charisma, wenn eine Page kommt, gewinnen wir. Wenn die Prepella in Profi kommt, dann gewinnen wir natürlich nicht. Aber er hat schon mal seine Boost-Karte gezogen. Das ist immer ein Vorteil. Einzeltempo. Warum immer Tempo? Aber das gewinnen wir. Jetzt haben wir auch noch unseren Boost-Einzelcharisma. Da brauche ich keinen Boost. Das macht Hulk Hogan. Und wir verlieren. Gegen The Rock. Schön aufgelevelt. So, eine Karte. Oh, nee, wir haben ja unsere Picks von Davor noch. Nochmal eine grüne. Und nichts hinterher. So. Gegen so Gegner spiele ich ungern. Also, auch wenn er wenig Spiele hat. Aber dann haben die meist die Karten... Ich gehe mal kurz Cain ein bisschen trainieren. Dann haben die meist... Das gibt es doch nicht. Was ist denn heute mit dem Netz los? So. Wir hauen alles auf Cain drauf, was wir haben. Außer The Rock. The Mid's hatte ich auch noch in ultra selten gezogen. Ja, und den zweiten Rob Van Damme. Jack Swecker. Und die hatten wir ja schon gekannt. Alles, was blau ist, hebe ich noch auf, weil ich es kombinieren will. Level 24. Hat nicht viel gebracht. So viele Karten reingehauen. Darkie mit Cesaro will ich nicht spielen. Die Sylvia will ich, glaube ich, auch nicht spielen. Dann gehen wir hier gegen Steve. Oder The Dealer. Oder, nein. Sylvia oder The Dealer. Die Zeit vergeht bei WWE Supercarts immer viel, 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 viel zu schnell. So, Tempo Charisma. Ihr seht ja immer schön, was in meinem Deck passiert. Also, es würde mich dann auch freuen, wenn ihr mal sagt, was bei euch so im Deck passiert. Manche von euch schicken mir ja immer ein paar Karten. Das finde ich richtig klasse. Also, das kann jeder machen. Egal, ob er sie mir per Skype, per Twitter, per Facebook, per Instagram direkt. Das gefällt mir nicht so gut, aber es geht. Tempo Charisma. Schickt. Ich poste immer mal so nach und nach in Instagram dann eure Karten. Wichtig ist, dass es eure Karten sind. Also, ich will jetzt nicht, oder wenn ihr mal das komplette Deck mir schickt, das finde ich schon cool. Hier so ein Screenshot von Diva Kraft Tempo. Sobald da Tempo dabei ist, lohnt es sich noch nicht mal für mich zu boosten, weil ich gegen die Page... Hier fehlen mir halt 46 Punkte und da hilft mein Plus 20 Boost auch nicht. Tag Team Kraft Tempo. Da booste ich hier, da und nehme noch ihn. Oh, er hat ein Remisterio. Sie connecten. Da bin ich mal gespannt, weil meine halt so lahmarschig sind. Was war's? Tempo und was war's noch? Das wird eine knappe Nummer und ich... Gewinner. Jeha! So, dann gucken wir einfach mal weiter. Gewinner und wir ziehen jetzt mal was richtig, richtig Gutes. Ja. Ohoho, nein. So, dann ziehen wir hier auch mal was richtig Gutes. Auch nicht. Die Grünen. Ja, okay. So, das ist jetzt die Frage. Das hier ist sogar jemand, wo ich immer überlege zu spielen. Also, er ist in Gold. Das heißt, wenn er hier den Rock auf Episch hat, er wird noch eine weitere epische Karte haben. Er kann aber die Karten noch gar nicht so viel aufgelevelt haben, weil er erst 500 Spiele hat. Und darum, vielleicht kommt jetzt noch eine Legendary um die Ecke, Einzelmatch, Härte, Charisma. Ich gehe da immer die beste Karte. Hier ist seine zweite epische. Und das ist auch was, was wir gewinnen. So, dann Einzelhärte. Jetzt die Frage. Ich haue Boost drauf und spiele. Und... Ui, er hat noch einen Shawn Michaels. Warum hat jeder einen Shawn Michaels? Aber Gott sei Dank nicht voll aufgelevelt. Also heißt es, wir haben unseren zweiten Sieg. Und es ist mir eigentlich relativ egal, was er jetzt noch bringt. Die beiden Connecten auch. Hey, vier epische Karten hat er hier im Deck. Und ist dabei noch Gold. Also nochmal, die Connecten sogar auch noch. The Rock und Macho Man. Da ist mir jetzt relativ egal, wer gewinnt. Und er gewinnt. 35 und 24. Also seine Karten sind besser, als ich gedacht habe. Von dem, was ich gesehen habe. Aber ich kann ja mir nicht erzählen, dass er die gewonnen hat. Glaube ich nicht. Weil er müsste in Gold-Liga, also in episch normal, müsste er ja immer den King of the Ring gewinnen. Um den eine epische Karte zu kriegen. Da kriegt man sonst noch beim zweiten Platz, glaube ich, nur eine ultra seltene. Oder er müsste... Ja, People's Challenge geht nicht. Was haben wir? Diva Härte. Da mache ich keinen Boost. Oh, eine schlechte Page. Darum denke ich, hat er Karten gekauft. Aber dafür gut aufgelevelt. Aber da ist seine Gewinnquote auch echt schlecht. Habt ihr schon mal Karten gekauft? Ich bin da echt zu geizig für. Ich finde die extrem teuer. So, Härte Charisma. Also es gibt ja durchaus Spiele. Ich habe ja nicht so viel Zeit, wie manch anderer zu spielen, wo ich dann durchaus sage, okay, ich kaufe mir, keine Ahnung, irgendwas. Also auch bei Clash of Clans habe ich noch keine Gems gekauft, weil ich zu geizig war. Oder weil halt alles zu sehr ins Geld geht, sag ich es mal so. Kraft, Charisma, Kraft, Charisma, Kraft, Charisma. Tja, Big Show macht uns dann nass, aber das macht jetzt nichts. Darum würde es mich mal interessieren. Also, würdet ihr Geld für ausgeben? Ich finde das Spiel klasse. Also so ist es nicht. Wenn das jetzt, keine Ahnung, wenn ich es jetzt kenne und es 5 Euro kosten würde, würde ich das durchaus sogar mir überlegen. Aber wenn wir mal gucken. Karten kaufen. Was kommt in Frage? Im Endeffekt nur das epische Pack. Also, wenn man anfängt, vielleicht ein ultra seltenes Pack. Aber kostet 2.500 und kriege ich eine epische bis legendäre. Zufällig. Also, man muss immer vom schlechten ausgehen. Das heißt, ich würde eine epische kriegen. Wir können ja mal draufklicken. Möchten Sie zum Coinshop. Um 2.500 Credits zu haben, müsste ich 21,86 Euro und dann könnte ich mir das und das leisten. Wobei man kann auch, was ich ganz gar nicht so schlecht finde, bei King of the Ring, wenn die Einheiten müde sind, kann ich für 100 alle Einheiten auffrischen. Einheiten sag ich immer. Alle Karten auffrischen. Und das finde ich wiederum gut. Aber nichtsdestotrotz spiele ich mir dann lieber ein paar Energiekarten, um das zu machen. Ich starte jetzt nochmal ein King of the Ring. Warte mal, da will ich aber die... Die tauschen wir noch gegen die neue Ultra seltene. Wobei das jetzt ein King of the Ring wird, wo ich nicht aktiv spielen kann. Und diese Woche habe ich einfach halt keine Zeit. Und da ich es nicht vom Handy spielen kann, ist es egal. Und wir gucken mal, ob ich eventuell hier unten einen austausche. Hier, er hier ist der Schwächste. Meint schon Sina Ultra selten, auch wenn ich ihn sehr mag. Na. Gucken wir mal. Er ist jetzt noch stärker wie The Rock, aber den werde ich demnächst dann auch mal ein bisschen aufleveln. Ich habe ja noch ein, zwei Karten. Das bringt ja schon mal ein paar Level. Jetzt wollte ich eigentlich da hin und auf neueste mich stellen. So. Okay, ich habe auf tauschen geklickt. Wie doof ist das denn? So. Dann auf ein neues. Wir tauschen The Rock. ist nur 701 Punkte schneller. Dann trainieren wir The Rock mit den neuesten Karten. Und da sollten wir doch mal mindestens Level 3, würde ich fast behaupten. Level 5 sogar. Und wenn wir jetzt auf tauschen gehen, gucken wir mal, wie viel, ob er schon besser ist wie, ja, er ist jetzt sogar schon besser wie der John Sina, das heißt auf jeden Fall, und The Rock ist blau. Blau, aber auch ein Kästchen nach rechts. Okay. Das heißt, mein Hulk Hogan ist noch, ist der einzige halt mit links, was bei King of the Wing jetzt gar nicht so schlimm ist, weil habe ich ja nur eine Möglichkeit, das hier zu setzen. So, und Cain ist mittlerweile auch besser wie die anderen Karten. Wie? Mein Dorf wird in Clash of Clans angegriffen, das drücken wir mal weg. King of the Wing beginnen. Und ja, die Zeit habe ich schon wieder gnadenlos überzogen. Das war es schon wieder für WWE Super Cards für heute. Die nächste Folge kommt ja wieder, ich muss mal überlegen, ich glaube, ich habe jetzt den Rhythmus Dienstag, Freitag. So kriege ich es dann auch wirklich hin, die zu spielen richtig gut. Und darum die nächste Folge am Freitag. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen und freue mich natürlich über einen Daumen hoch. Wenn ihr irgendwas Interessantes erlebt habt bei den WWE Super Cards, dann einfach mal in die Tasten hauen, was unten drunter schreiben. Und, tja, wenn ihr irgendwas Cooles, Neues gezogen habt, schreibt es uns oder schickt mir einen kleinen Screenshot. Darum sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, ein bisschen angezockt, spielt WWE Super Cards. Moment, ich nochmal. Und, hat es dir gefallen? Ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du mehr Action-RPGs haben willst, dann schau vielleicht mal da rein. Für Strategiespiele packe ich dir da was hin. Und wenn dir es gefällt, bleib doch einfach hier im Kanal und ich freue mich über dein Abo.